Okay, dann sind wir wieder zu einer weiteren Runde. Stardew Valley. Ich weiß nur nicht mehr, was... Oh, das ist durch. Wir warten auf jeden Fall auf... Regen. Okay, wir müssen morgen auf die Ingwerinsel. Egal, was ist. Was sagt der Wahrsager? Geister sind heute wenig extra Glück. Da würde ich gerne was ausprobieren in der Mine, wenn wir einen Tag mit viel Glück haben. So, Kaviar brauchten wir zum... Genau, zum Liefern. So, was wollten wir noch haben? Das ist bloß bei Drück, genau. Das ist auch sehr gut. Das bringt ja nicht so viel beim Dings, bei der Mine. Das müssen wir das, was wir vorhaben, aber jedes bisschen hilft. So, ich weiß gerade gar nicht... Was war mit dem... Knoblauchöl. Mit zehn Knoblauch. Haben wir das schon gekocht? Ja, denke ich, ne? Ja, Strauß-Handis auch doch. Auf jeden Fall ein Schnettken-Gericht hatten wir auch. Da haben wir überlegt, ob wir mit Frühlingssaat arbeiten. So, die uralten Samen hatten wir noch da. Haben wir noch Knoblauch? Einen. Da sind noch mal drei. Müssen wir noch mal Knoblauch anbauen? Gemüse eintopfen. Ähm. Tschüss. Und das auch. Ähm, das hier ist... Okay, das läuft. Das ist kein Problem. Das ist heute noch. Das ist in vier Tagen, fünf Tagen. So, Ancient Fruit? Nein. Ach, du scheiße, wie viele Trüffel. Auf jeden Fall sind die Tiere sehr glücklich. Weil gerade da wird das Buch von D.O. zu lesen. Schau, dass ich deinen Stream... Deswegen ist... Jetzt wirklich... Nein. Wir wissen, dass du auch sonst nicht meinem Stream alleine die Aufmerksamkeit zukommen lässt. Also da kommst du jetzt nicht raus. So, hatten wir noch etwa Frühlingssaat. Wieso nutze ich die eigentlich nicht? So, das läuft. Das läuft. Ich muss mal gerade gucken. Was sagt der Kalender? Das... Ich hab schon mal geguckt, dass, ähm... Dass... Der Blumentanz ist am 24. Ähm, Shane, Pierre. Genau, Pierre war uns wichtig. Am 26. Und wir wollen heute heiraten. Bzw. die Hochzeit wird auch stattfinden heute, denke ich. Am letzten oder vorletzten Tag. Oh. So, da wir aber heute am Anfang jetzt nicht... gerade nichts benötigen. Pack den Knoblauch kurz weg. Brauchen wir die Trüffel für irgendwas? Nein. Wieso ist unser Inventar schon wieder so voll? Ganz echt die gefrorene Geode benötigen wir für nichts. Haben wir hier Monster-Moshos? Die Samen können wir morgen verteilen. Ganz ehrlich, Paprika-Popper benötigen wir ja gerade für nichts, weil wir... Wir essen ja auch... Also, wir ernten sowieso nicht selber im Moment. Das heißt, wir... Wir probieren's mal heute nur mit... mit normalen würzigen Aal. Wir gehen trotzdem schon mal in die Mine. Können wir den... Können wir mit den Lachsbären irgendwas anfangen? Nein. Nichts, was von Relevanz wäre. Nein! Also, ja. Also, ich will auch hier rein, aber nicht, äh... Lass mich hier die Öfen leeren. So, unser Ziel ist nämlich... Wir besetzen einfach immer weiter... den Ersten... und hoffen auf... äh... radioaktives Erz, so wie hier. Ich will euch den Stream nicht... meine volle Aufmerksamkeit schenken, heißt das nicht, dass ich nicht... dass ich noch andere Sachen machen kann. Das machst du doch sonst auch immer. Sonst erzählst du mir immer, dass, äh... dass ich nicht deine volle Aufmerksamkeit habe. gefühlt haben wir jetzt schon mehr radioaktives Erz gefunden, als, ähm... in einer kompletten... in einer kompletten... Tour von 80 bis 120, die wir jetzt schon gemacht haben. Das ist schon ein bisschen traurig, to be honest. Also, irgendwie finde ich, das... funktioniert irgendwie... hier... nicht so geil. Weißt du, in der Skeletthöhle merkst du halt, wenn du auf den höheren Leveln bist, dass es... dass es immer mehr... Iridium wird. Aber hier ist das mit dem... äh... mit dem radioaktiven Erz... eigentlich funktioniert die Skalierung irgendwie... gar nicht so richtig. Wenn ich nimm was anderes nebenbei, oder? Wenn ich kurz was anderes mache, dann bekommst du praktisch keine Aufmerksamkeit, wer? Jetzt bin ich während dieser Nacht... äh... in der ersten Nacht geschrieben. Das warst du. sowohl im Watt als auch davor. Ja. Ich bereue ein bisschen, dass wir die Magic Rock Candies, dass wir die für... für Skull Cavern benutzt haben. Auch da... weil hier werden sie eigentlich ruhig besser eingesetzt gelesen. Wobei auf der anderen Seite... bringt, wie gesagt, die Luck Buffs bringen hier wohl gar nicht so viel. Also, das meiste ist tatsächlich echt das tägliche Glück. Das ist jetzt aber schon das vierte oder fünfte. Wie gesagt, es könnte definitiv, äh... unter besseren Umständen laufen. Und wir haben trotzdem schon... wenn ich, wie gesagt, mehr gefunden, als wir bisher insgesamt hatten. Und wir haben dann... Stimmt, wir sollten mal kurz zum Zwerg gehen. Ich finde es mir erstaunlich, dass der Zwerg kein radioaktives Erz mag. So, aber Jade mag er, oder? Warte. Käferfleisch müsste man eigentlich auch mal horten. Falls wir magische Köder craften wollen. Wer bist du? Wow, einfach Loot Overload hier. Hier sind 80 bis 20 Prozent meiner Aufleistung schon wieder bei mir um den Kopf. Sinten nimmt sich da mein Gehirn einfach. Ich muss bei allem, was die Realität angeht, in den letzten 10 bis 20 Prozent auskommen und die werden einfach von deinem Stream komplett eingenommen. Du bist, also auf dich trifft dieser Mythos zu, dass du nur 10 Prozent von deinem Gehirn nutzt, würdest du mir damit sagen. Ich muss bei allem, was die Realität angeht. Ich muss bei allem, was die Realität angeht. Gameplay, aber ich hoffe, dass sich das lohnt, wenn wir das nur ein oder zwei Tage machen müssen. Nur zu 100% von irgendwann auch. 80% ist praktisch schon der Außenwelt von der Realität abgeschirmt. So kann man es auch ausdrücken. Uh, sogar zwei. Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn es auch das Prop-Up irgendwie überspringen könnte, wäre es nice. Ich finde es so komisch, manchmal kann ich doch durch Slimes durchlaufen und manchmal nicht. Oder habe ich nur das Gefühl? Wie das Zeug so leuchtet. Ich muss gerade daran denken, es gibt tatsächlich ein Kinderbuch von dem Autor, der auch der Regenbogenfisch geschrieben hat. Über Mäuse, die implizit radioaktive Steine finden. Und der hat diese Geschichten, also es sind mehrere mit diesen Mäusen als Charaktere. Und die haben irgendwie alle immer zwei Enden. Wo ich mir denke, das ist, finde ich, nicht so ganz durchdacht. 90% des Gedächtens, die sich irgendwelche Konzepte aus und vorüberprüfen verschiedenste Sachen. Gedankenexperimente. Das kann ich nicht steuern. Die letzten paar Prozente kann ich dann nutzen, um im Leben zu bleiben. Das ist halt wie bei Windows, dieser Leerlaufprozess, den Microsoft eigentlich nur eingebaut hat, damit man Geld in mehr Prozessorleistung investieren muss. Ich habe in der letzten Endes geschafft, was ohne Möglichkeiten wurde. What? Ich meine, der nur 10% der Neuronen nutzt, ist entweder ein lebendes Handlungsunternehmen, wo es das Gemüse oder auf unserer Grunde von Kreislauf sticht dann tot. Ich habe mein Zno... Okay, ja, das... Ja. Holt die Nobelpreise, bitte. Es wird die Welt verändern. Aber das ist auch... Also, das ist aber auch etwas... Ich habe es mir eigentlich vor einer Weile noch mal... Dass ich mal als... Mir vorgenommen, dass ich einmal die Woche irgendwie Ordnung schaffen will. Irgendwo in der Wohnung. Das hat sich aber auch leider nicht lange gehalten. Weil das finde ich auch... Für mich funktioniert das halt auch nur... Zu bestimmten Phasen. Ich habe es mir die Woche auch wieder. Ich habe es mir schon... Ich habe es mir schon... Ich habe es mir schon... muss ich alle meine Kisten wieder auskippen sind es wenigstens in ordentlich autistisch sortierte Kisten da bin ich auch noch gespannt ob wir das schaffen aber wir müssen halt diese Zutatenquests müssen wir echt mal hinbekommen weil da ist ein Crafting Rezept hinter der ist ein Autismus für den Kriegen oder Kriegen gegeneinander der ist mal stärker, dass ich das gar nicht sortiert jetzt steht hier natürlich leer aus weil es nur eine Kiste öffnet vielleicht kennst du ja dieses Homer Simpson Meme Farben und Autisten passen einfach gut zusammen ich kann mit dem Link jetzt nichts anfangen das ist das Problem sogar zwei auf einer Etage also man kann es nicht anders sagen das ist mega effektiv gerade was wir hier tun und es hat kein Recht so effektiv zu sein ich meine sowas konnte man mal mit den Pilzebenen machen wenn man das Timing abgepasst hat das wurde ja rausgepatcht das war ja auch sehr geil um sammeln zu leveln und da auch bis zum bestimmten Punkt halt auch um Geld zu farmen und da verstehe ich halt nicht dass man das hier so vielleicht macht 1,6 vielleicht auch was das auf den höheren Leveln wenn man ordentlich hier durchgeht mehr radioaktives Erz kommt und nicht so eine Scheiße hier machen muss auf den höheren Leveln dann geht es um die Auflöpung bis zum nächsten Mal dann geht es um die Auflöpung bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, die Trüffel haben so reingehauen. So, versagt der Wahrsager Oh, heute sind sie leicht verstört Okay, das ist gut Wir wollen ja heute sowieso nicht in die Mine So, wir kommen langsam an den Punkt, wo unsere Kreiselbeeren nicht mehr reichen Das Problem ist, dass sich halt Erdbeeren hier rein zu donnern eigentlich auch nicht lohnt Also Hitzewelle haben wir hier noch nicht Aber dafür hatten wir heute Nacht hier ein extrem heftiges Gewitter Also heute Nacht so um halb vier Ist einfach der Blitz eingeschlagen Das Ding ist, wir hatten auch Fenster auf Aber das war so heftig, das habe ich noch nie erlebt Ich habe echt für einen Moment überlegt Ist es soweit? Ist jetzt die Bombe eingeschlagen? Ist das eigentlich eine Hardcore-Stadio-Valley-Welt? Naja Also wenn, dann zählt In der Mine ohnmächtig werden Nicht als sterben Boah, kann die Tiere mal weggehen, dass ich den Trüffel aufheben kann? Danke Nö, oft so oft sagt, wie das Wetter bei dir war Kann man doch irgendwann noch seinen Wohnort herausfinden Oh nein Was soll ich nur tun? Ach ja, Fun Fact Das haben wir beim letzten Mal gemacht Wir können jetzt jederzeit überall rein Weil wir jetzt den Schlüssel zur Stadt haben Hi Gas, ich gehe mal in deinen Saloon So Kollegen in deinem Bereich müssen jetzt sicher wieder Überschulden schieben Um die ganzen Schäden zu beheben What? Komm, die machen wir einfach mal Wo wir sowieso schon da sind Rotfeuerfische Diskusbundbarsche Und Stachelrochen What? Was soll ich das Wetter denn zu so Äh, in christlichen Zeiten eingewittert zu haben? Ja, also Das ist, äh, echt Also Absolut schlimm Stimmt, wir hätten eigentlich, glaube ich, sogar schon direkt zu Willy hingehen können Weil wir können ja jetzt jederzeit bei ihm rein Und soviel ich weiß, ist das Boot nicht davon abhängig, dass er da am Tresen steht Wir müssen einfach nur hier rankommen und dann teleportiert sich Willy dahin So Schon wieder der hier, den haben wir doch schon ein paar Mal gesehen So Pass auf Moment, nein Wir müssen erst zur, zur Farm Danke Spiel Weißt du, sonst schmeißt du mir drei Omnigioden hinterher, wenn ich hier grabe Da sind Taro-Knollen fertig geworden Ja, übrigens auch, wer jetzt meine Adresse hatten kann, darf Herr Korn Mario Kart 8 mit dir spielen Da sind wir nicht echt so wild zum Schreiben What? Warum? Angst, wo Gewitter ist, irgendwie viel zu geregen Sagen wir, nicht in einem modernen Gebäude Wird ein Molifon-Sinn-Ermittlungs-Bestange Das ist einfach nur sehr gefährlich Nach jedem Gewitter rum Darf er explodierten Geräte sehen Die Abwand steckt, dass er die Pfadronen aus der Wand schießt Boah Mach mich doch nicht paranoid So Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Hat er jetzt mehrfach gemacht? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Eins, zwei, drei, vier Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Theoretisch Ha Stimmt, das ist das, das ist das Lied aus, aus, aus der Show Aus der tollen, tollen, ähm Mehrjungenfrauen-Show da Cool, Notenböcke, ja Aber ich sag mal so, äh, so Ich mach mir nicht so große Sorgen darum, dass, ähm Dass ein Gewitter unsere Sicherung killt Bei uns war die Flut Die Sicherungen sind im Keller Dieser, äh, und dieser Keller hatte 1,80 Meter Wasser drin Die, die, äh, die Sicherungen Also, der Strom hat noch funktioniert, während die Sicherungen Komplett unter Wasser standen Ich weiß nicht, wie Okay, morgen können wir das ernten Das heißt, wir brauchen eigentlich noch nicht heute Und, ähm, die, äh Die Dinger zu pflanzen Ich weiß nicht, wie das, wie das sein kann Aber es ist so, so 63 Ach, ich bekah, Double Dash, das ist doch so ein Neu-Modus-Chakras, das ist nicht Äh, ach, man kann, dann lassen sie überhaupt Double Dash spielen So, wir müssen sie ja nur fangen, richtig? Wir müssen sie nicht, äh, irgendwo abliefern So, wir müssen sie ja auch unter anderem Was will ich mit Flundern? Rotfeuerfisch. Er zählt sogar doppelt, sehr gut. Treibholz, schmeiß weg. Er zählt, sehr gut, sehr gut. Er zählt, sehr gut. So Flunder, so schauen wir uns mal kurz hier um, ob irgendeine Artefaktspots sind, aber ich rechne nicht damit. Natürlich nicht, wäre ja auch zu einfach. So, die Frage ist, wo waren die anderen Orte, wo man angeln konnte? Stachelrochen und blaue Diskusbarsche. Insel Westteilch, Piratenhöhle. Stachelrochen Oh, Statue des Vielfraßes. Will ich die haben? Oh, das ist der hier, ne? Der so krass war. Oh, das ist der hier. Oh, das ist der hier. So. Was will ich mit dem, mit dem, mit der Rotkohl sagt? Durchweichte Zeitung. Ich hatte auf nen Tagebucheintrag gehofft. Die Supersee-Gurke, ich find's krass, was für Moves die drauf hat. Brauchen wir die für irgendwas? Nein. Äh, Sicherungskasten, was hatte ich? Da war kein Sicherungskasten rum. Das waren noch ganz alte Sicherungen. Was waren die aus den 60ern oder so? Hier stand das Wasser doch zu groß. Ja, keine Ahnung. Wir haben alle auf jeden Fall gedacht, so, das ist krass, dass danach der Strom bei uns noch funktioniert hat. Zumindest bis alt ist er abgeschaltet wurde. Das war immer noch so. Aber könnte man sehen, was das muss man sehen? Der ist blitz, blitz. Das wurde die Abmutter nachwägen. Das wurde lampadiert! Das wollte man sehen. Das war die Abmutter nachwägen. Der ist also so zu viel. Das war, was ich. Es war auf, wenn ständig die Flunde dazu kommen. Natürlich sind die Statuen nicht stapelbar, ist klar. Wir rühren einen Moment. So, Moment, das ist doch, ist okay. Das alte Panzersicherungen waren, eine sehr große Drehsicherung, da passiert auch nicht viel, sondern das Wasser, die die Extremen über die Seite enthält. Dann sollte es aber getauscht werden, danach wurde es auch getauscht. Danach bekamen wir auch neue Briefkästen, die nicht wasserdicht waren. Beziehungsweise, die oberen Fächer sind, das glaube ich wohl, bis jetzt nicht. Deswegen, ich glaube, von sechs Parteien haben deshalb auch vier extra Schilder an die neuen Briefkästen gemacht, dass bitte die alten Briefkästen verwendet werden sollen. Zeit vergleichen! Spannende Profis G pointed mich rein. Was dennọ talk für Legend twelve? Jetzt fehlt ja nur noch der eine, wir müssen sowieso noch mal hier hin, Insel Westteich und Insel Nord, das ist da wahrscheinlich bei der Ausgrabungsstätte. Die Ausgrabungsstätte. Die Ausgrabungsstätte. Die Ausgrabungsstätte. Die Ausgrabungsstätte. Die Ausgrabungsstätte. Die Ausgrabungsstätte. Also bei Gelegenheit mal wieder Gold schmelzen. Die Ausgrabungsstätte. Die Ausgrabungsstätte. Also habe ich das Gefühl, ich hätte lieber das lernen sollen. Die Ausgrabungsstätte. 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 so ich muss mal wieder zu spätig was neues anzeigen ja ich würde ich finde also das ist halt auch finde ich auch eine fähigkeit also die sollte man nicht wenn man da keine ahnung davon hat sollte man damit finde ich auch nicht groß was machen so wir haben 124 ancient fruits haben das ist ich glaube wenn die durchgewachsen sind dann ist unser schneeball auch ready königin der soße ist heute sehr glücklich eigentlich wäre heute ein guter tag für die für die mine also auf ich gehe mal kurz in die in den öfen aber ansonsten würde ich nämlich direkt auf ginger island rüberfahren weil jetzt müssten wir eigentlich nicht müssten wir nicht auf willi warten glaube ich ich stelle fest das war vielleicht wirklich keine schlechte idee dass wir den schlüssel gekauft haben so pass auf einer einen von den barren verschiffen wir und dann und Untertitelung des ZDF, 2020 So, Willi, ich hoffe, das ist kein Problem damit, wenn ich mich einfach hier reinlasse. Boom. Ich glaube, das kann, äh, ich meine, das ersetzt das Warp-Tote, beziehungsweise den Warp-Obelisten nicht komplett, aber es ist schon nicht übel. Wo sind meine Taro-Knollen hier? Boah, ich dachte schon. So. Die sind nämlich schon in sieben Tagen soweit. Wir sehen uns heute eigentlich schon anderen langen Türversuchen, indem wir dich von einem Mais oder Industripharm nach intensiver Beschäftigung. Ja gut, Lernen schadet nie, das stimmt schon. Jetzt kommt die Spomachende Kone, bis die Brille nach vorne umher. Bis jetzt. Anja kommt der Brille nach der Brille nach der Brille nach oben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah So, sieben Tage, 24. also nach dem Broomentanz Wie lange dauert das noch? In sechs Tagen Mensch, das heißt, wir haben auch bald die Bananen Aber ich denke mal, spätestens im nächsten Stream sollten wir dann auch den Insel-Obelisten Haben Aber ich war die ganze Zeit da, jetzt bin ich mal noch eine Weile weg Aber was hat sie das jetzt gebracht? Das hat ja niemand mit ihr interagiert Was habe ich verpasst? Die haben darüber gesprochen, dass die Sicherungen bei mir in der Wohnung zur Flut echt die MVPs waren und nicht durchgebrannt sind, selbst als die anderthalb Meter unter Wasser stunden Ich wollte einfach zufrieden, um unständlich angeschrieben zu werden Ähm, da gibt es so ein Mittel zu, das nennt sich, ähm, den Screen-Chat einfach zumachen Und einfach lurken Vielleicht machen die Brute aus destilliertem Wasser Das klingt irgendwie schon fast wie, äh, wie eine neue, äh, wie eine neue Verschwörungstheorie Bei dem Begriff Verschwörungstheorie sollte man ja eigentlich meiden, weil das klingt zu legitim So, pass auf, ja, das hatten wir vorhin 644 Also wenn das hier noch etwa 100 Sternfrüchte sind und wir haben hier noch einige Taro-Knollen Würde ich behaupten, mit 150 weiteren Ancient-Fruitsamen kommen wir durch Dann haben wir alles vollgepflanzt, bis auf, ja, halt, gut, hier, ne, aber Ja, das ist jetzt auch nicht mehr so relevant Moment, da fehlt was So, und da wir noch Dünger übrig haben Dann können wir das hier nämlich noch ein bisschen nach vorne verlegen Okay So, pass auf einmal zum Walnussraum. Ich muss mal kurz den Perfektion Tracker checken. Und wir müssen gucken, was es an Key Quests gibt. Kibun. Invasion. Ja, wie funktionierte das hier nochmal? Stadio. Key Harvest. Braucht vier Tage zum... Ja, probieren wir das mal. Aber ich will gerade mal den Tracker. Eine Theorie kann man wiederlegen. Ja, das ist ja auch das Ding mit Skeptikern. Also ein Skeptiker ist ja jemand, der noch auf Beweise wartet, aber sich halt mal Beweisen überzeugen lässt. Was halt bei den meisten Skeptikern nicht der Fall ist. So, wir uns zählen noch neun goldene Walnüsse. Ich glaube, fünf kriegen wir dafür... Das, äh, fünf oder drei kriegen wir dafür, dass wir die Banane liefern. Wir kriegen drei für die Schlange. Und wir kriegen, äh, wahrscheinlich noch eine entweder aus den Muscle Notes oder aus, äh, irgendwas anderem. Was ist denn hier? Ach, hier ist der Kopf, ne? Oder wie war das? Ja, dafür nimmt er da eigentlich gar nicht die Zeit. Oh, hallo, Leo! Ich bin, 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 ich bin. Oof. Aber ich krieg halt eher weniger die Mogli und mehr die Nils-Holgerson-Vibes. Aber ich krieg halt eher weniger die Nils-Holgerson-Vibes. Hier müssen wir auch noch ein paar Geschenke bringen. So, jetzt... Was? Ne, Norden. Nicht die Dings, sondern... Inseln-Norden. Wo ist denn Inseln-Norden hier gewesen? Okay. 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 Ähm... Hier, dich brauchen wir. Nordinsel West. Teich. Was war denn bei dem Teich? Ist Leo gerade hier oben? Nein. Zwei stecken im Muschel-Stein. Im Muschel-Stein. Im Muschel-Stein. Das sind ja Muscle-Nodes. Äh... Und bei denen warten die auch nur drauf, dass die respawnen. Also... Was soll das? Ah, hier ist der Teich. Wie viel Lüge ist hier drin? Oh, nur wir haben die... Wir haben das Ding hier... Können wir mal platzieren. Kannst du mal aufhören, den Müll rauszuziehen? Kannst du mal aufhören, den Müll rauszuziehen? Kebun! Ah, okay. Es liegt an der Quest. Verstehe. Watsah! Watsah! Also... Die Filme auspüren können wir die Filme auspüren, die Flasher kommen einfach an. Die Filme auspüren ist noch nicht so, wenn sie es ausspüren. Die Filme, die Flasher kommen sicher dann alle. Die Filme auspüren sind nicht so, wenn ich ihn wie lange verletzen kann. Gut, jetzt hätte ich noch die Kiste kriegen müssen. So, dann haben wir das auch erledigt. So, das war ich nicht gewollt, dass es so aussieht, aber gut. Ne, ich habe den Müll wieder, habe ich in die Mülltonne getan. Was passiert in dem Universum, wenn du in die Mülltonne packst, dann landet es im Müll und ich kriege potenziell eine Gebühr. Uff. Uff. Kibone. Ich glaube, es könnte sich lohnen, wenn wir auch die Gegner töten, weil die Explosionen können ja auch gut Steine zerstören. Wenn ich dieses Stück Müllöl irgendwann im Wasser finde, wirst du sowas von gemeldet. Bei wem? Das wird durch ein Dimensionsportal in eine Parallelwelt konstruiert, in der die wichtigste Ressource Müll ist. Das klingt so ein bisschen wie bei Rick und Morty. Okay, also ich glaube, morgen machen wir hier auch mal einen Schlammerschuss an. Ich bin ein Schlammerschuss an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hi, dem Handahaguar. Willkommen zum Stream. Willst du was kaufen? Ja, unter Umständen ein paar Mega-Bomben. Vielleicht hier, wenn es auch eine Kontext oder so anmerkt, dass Windows echt scheiße ist. So, schlafe ich jetzt vor dem Bett ein? Passt. Geister sind heute gut drauf. Deluxe-Aquarium und 30 Heu. Wow. Ich dachte, wir kriegen das eine Rezept. Oh, nee, warte. Das ist ja, wenn wir die Insel-Quest vollenden. Hm. 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 So, das heißt, wir machen einmal kurz den hier. Das heißt, wir gehen auch heute in der Mine und farmen Key Gems. Das sind nicht Key Gems, Keyboden. Elf Minuten, okay. Und wo ist hier Monster-Marshers? Die Edelsteine, das ist auch nicht übel. Und wo ist hier? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wow, das habe ich auch noch nicht gesehen. Das hat sogar gewirkt, trotz des Rings, den wir tragen. Oh, was ist denn jetzt los? War ein Käse-Mod in Minecraft. Aber auch nur in Kombination mit Kaffee, bitte. War ein Käse-Mod. Oh, da ist radioaktives Herz. Immer schön trinken. Moment. Oh, da ist das. So, wir gehen mal ganz kurz in den Steinbruch. Sprache ändern, das geht jetzt leider nicht. Also ich sag's nicht gerne, aber Star-New-Valley ist auch zu text-heavy, als dass ich da die Sprache ändern würde. Okay, hier ist gar nicht so viel, was man machen könnte. Sehr great, wenn du Punkte wasten willst, das ist leider nicht mehr ein Problem. So, mal eben den Zwerg reich gemacht. Jetzt gibt mir die Punkte gefälligst wieder. Was ist das denn für ein Tonfall, bitte? Junger Mann, ich glaube, es hackt. Huch, nein. Jetzt kann ich nicht nur, dass direkt vor meiner Nase eine Leiter spawnt. Das ist nicht mein Fehler, wenn du auf irgendwelche Zipidon zurückgeaktivieren. Sie sind aber alle gelabelt, also da kannst du nicht behaupten, du wärst nicht gewusst, was du einlöst. Ich will mehr Key-Bohnen, verdammt. Was wir im Moment haben, ist immer noch zu wenig, um irgendwie da mal auf die 500 zu kommen am Ende. Das Ding ist, wir können sie durch alles kriegen, was wir machen, aber es ist halt nichts davon. Es ist halt wirklich schnell. Knochen, das ist halt denke ich. Das Ding ist halt richtig gut. So. Was ist das denn bitte für eine Aussage? Leute, ist das eine Drohung? Also, darf das heißt, Steine zerstören bringt auch die Kibu und habe ich nicht so wirklich das Gefühl, dass das... Ja doch, einen haben wir jetzt raus. Okay, Gegner töten hilft auch. Also, ich finde, das ist eine Drohung, Leute. Ich weiß nicht, ob ich da nicht ein Band verhängen muss. Nutzlosium, was es ihm zusteht. Es gibt keinen Anspruch auf Nutzlosium. Wieso bin ich jetzt dafür verantwortlich, wenn Creative schlechte Entscheidungen im Leben trifft? Wir sind jetzt bei 16 Kibu und das ist auch nicht so viel. Eine Dingslose Situation im Einkommen hast du doch schon. Ja gut, du musst meinen Stream gucken, aber... Das Einkommen ist ja auch nur für meinen Stream halt einsetzbar. Und das ist ja auch nur für die ganzen Kibu. Das ist ja auch für meine Dagens. Und ich glaube, es ist neu für mich, dass der Kibu ist als Kibu ist. Ich glaube, ich habe hier einen Anlass auf der Erde, Und ich glaube, es geht noch nicht. Hier wollen wir uns auf der Kibu oder die Kibu noch mehr. Oh, da mehr Rechte für die unterdrückte Zuschauer-Klasse. Ey, da passt man einmal nicht auf und schon hat man hier einfach eine Zuschauer-Revolution. Ja, wenn du kein Nutzlosium hast, dann musst du eben Bits essen. Also, der ist... Was ist gerade richtig lukrativ? Ich fordere keine Rechnung und bin vollkommen zufrieden. Ja, so gehört sich das. Ich habe gezahlt, aber meine waren nicht mehr... Halt, halt in der Suche. Ich habe mein Geld zurück. Nein! Mein Nachteil ist durchzogen von keinem Funken, dass du was als alles doch guter Verkaufmord. Ist das bei der Telekom ein Grund zum Feiern oder ist das eher ein Grund zu sagen, oh shit? Oh shit. Kriegen diese Einstellung sind die Lebensqualität immer weiter und Firmen können machen, was sie wollen. Jetzt werden die hier richtig sozialkritisch. Und jetzt werden die Lebensqualität nicht sozialkritisch. Die Initiative sind die Lebensqualität nicht geknyeckt. Oh shit. Ah Oh shit. 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 Ich habe aus Minecraft gelernt, das war ein Riesenfehler. So, machen wir raus. So, wir haben 25 Keybohnen und wir haben auch wieder ein bisschen mehr radioaktives Erz. Und zum Feiern müssen wir uns einfach Telefondose tauschen, wenn wir noch Asche einen neuen Router verkaufen. Kann man direkt von Autos mit reinnehmen. Wenn das nicht reicht, das ist ein Problem von einer anderen Abteil. Na shit, nee, das schaffen wir nicht mehr. Okay. 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 Wir müssen trotzdem dahin um Keybohnen zu sammeln oder so. Ich war hier. Marlon. Laber doch nicht. Okay. Okay. 1. 3. 5. 5. 8. 9. 10. 11. Was sagen wir hier? Omnigeoden, warte. Die können wir eigentlich auch gerade mal aufmachen. Omnigeode, sorgt dafür, dass wir ein Zwiebel zu Hause führen. Ähm, was soll das denn heißen? Boah, wir können jetzt bei Clint rein. Ich bin mal gespannt, ob er jetzt schon in der Kasse steht und vielleicht einfach nur den Job nicht aufmacht. Okay, bis hier. So I'm the awesome stream of Twitch, but what? So, then we have here. I'm the chill lounge, children of Discord. Ich halte euch nicht ab. So, ich mache jetzt auch Sternfrucht rein, ganz ehrlich. Wir sind eh so kurz davor, dass wir auf Ancient Flut umsteigen. Ich halte euch nicht ab. Ich halte euch nicht ab. Ich halte euch nicht ab. Nein, ich will zur Stadt. Ah, es ist Freitag. Pint ist nicht da. Ich habe eine Nachricht nicht gelesen, entschuldige. Ja, also die Chance, dass einfach jemand aufs Spiel konzentriert ist und ich deswegen gerade mal kurz nicht auf den Chat gucken kann, das ist einfach total abwegig. Senpai hat ihn nicht genotist. Pint ist nicht da. Pint ist nicht da. Pint ist nicht da. Pint ist nicht da. Verschnittlich 0,5 zuschauen. Komm, es sind immerhin, glaube ich, 3,8 im Moment oder 4,3, die mir irgendwie nach jedem Stream bescheinigt werden. Auf jeden Fall mal ein 1 mit Astro. Komm, es ist immerhin, glaube ich. So, 9. Einfach Invasion der Gasterblaster hier. Galaxiesäle. Moment, das kann ich nicht einfach so liegen lassen. 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 Ich bin einfach so liegen lassen. Ich bin einfach so liegen lassen. Dann kann ich nicht einfach so liegen lassen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die werden bestimmt echt sein Marmor-Feuerschnale Warte, wir haben ja noch mehr Geoden, die können wir euch auch mal... Wenn da Kiesamen drin sein können, sollten wir die auf jeden Fall öffnen Kann ich den Code für dich einlösen? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber solange du das Risiko trägst, ist mir das egal Ist ein Bot ausgelaufen, aber solange... Ja, solange der jetzt da nur einmal die Nachricht da drin hat, ist mir das gerade relativ Wayne Machst dir eh nix dran... Machst dir eh nix dran... ... Als Rache für die Punkte kaufe ich dir jetzt ganz viele Zuschauer. Bitte komm auf zielgruppenorientierte Russen, die sind shit, ey. What? Ach Mensch, der Schleim passt hier nicht mehr rein. Okay. 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 Wir sind heute sehr glücklich. Okay. 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 So, da ist er, ist er schon wieder voll. Das war's für heute. Wir können uns auch fast das Rückkehrszepter leisten. Ich find's erstaunlich, dass der Zwerg den Zwergenhelm nicht total toll findet. Auf der anderen Seite hat er wahrscheinlich hunderte davon. Ich sag nur durch die normalen Geoden schon fast mehr Keyboden als wir durch einen Tag in der Mine bekommen. Ich muss schon verstehen, wenn der Kunde am Telefon anstrengend war, sich auch eine Minute noch mal nach der Anfang, mich mental einzuschärfen, sonst rutscht... Mhm, ja. Ich glaub, wir werden uns in nächster Zeit viel mit Keyboden beschäftigen. Das ist aber nur so eine Vermutung. Warte, wir müssen mehr Platz im Eventar schaffen. Ja, wir müssen uns in nächster Zeit kommen. So, pass auf. Wie? Ja. Wie? 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 Okay, das war jetzt gerade ein bisschen gewastet. So, warte. Geht natürlich nur was, wenn wir den Monstermoschus auch inhalieren. So, warte. So, warte. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, das macht sich gerade vom Erz her ziemlich gut und okay, wir haben nur eine zulässige Bohne bis jetzt bekommen. So, das macht sich gerade vom Erz her. Das könnte man jetzt aber auch anders auslegen. So, das macht sich gerade vom Erz her. 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 Marine Marine Ich habe deine Maßarbeit schon komplett durchgelesen. Das muss auch nicht getestet werden. Du hast also die Maßarbeit komplett gelesen, ja? Nenn alle Quellen. Ah, wir haben wieder drei Gehoden. Mensch, so viele Keyboden im Moment. Wir sind schon bei 32 heute. Lügen ist doch verboten, es kann keiner lügen. Korrekt. Ja, Bestrafung klingt ein bisschen hart. Und, also die Maßarbeit jetzt ist ja wohl keine Bestrafung. Aber es war halt der Wetteinsatz. Das war die Maßarbeit. Das ist eher was in Richtung Folter- oder Mordversuch. Ja, was denn nun? Wenn die Arbeit mit Wesen brav muss, zählt dann mein Kauf als Selbstgeißelung. Stimmt, normale Menschen müssen die Arbeit ja kaufen. Stimmt, Creative. Sei froh, dass wir dich nicht dazu auch noch genötigt haben. Zähnein, die Arbeit. Stimmt, vielen Dank. Servus sein! Schönen Geräte! Schönen Geräte! Schönen Geräte! Kau, Schönen Geräte! hier diese arbeit freiblich ist also austria ich glaube ich weiß nicht ob du dir das auf dir sitzen lassen sollte hier das freiwillig also auch also wenn also bist du einmal so ist wenn du das kapital ist ja und das kommunistische manifest von dem du ja auch mal willst dass ich alle stream belohnen draus mache dass ich daraus lese was ist das blaubertörtchen das habe ich möglicherweise nicht gemacht und ich glaube er hat sich gerade geoutet dass er kann dass er kein echter kommunist ist nur ein imposter oh das ist jetzt aber ein statement wenn das nicht mal dir spaß macht so 43 ich würde so froh sein dass er nicht die bibel lesen muss so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, und die müssen in den Dings gepackt werden, oder? Ja, wir müssen in die Shippingbox gepackt werden. So, und die müssen in den Dings gepackt werden. So, und die müssen in den Dings gepackt werden. So, und die müssen in den Dings gepackt werden. dem NFT. Boah, da meinte ich, ja, ich mache eine neue Dunen-Serie und ein neues Dunen-Buch und dann alle so, ähm, du hast damit nicht die Rechte an Dunen gekauft. Ja, Crypto Bros sind schon was Besonderes. Äh, pass mal auf, es gibt doch hier die, äh, Dinger mit dem Seltene Fische steigert die Qualität Hier, Magnet, erhöht die Chance, Schätze zu finden. Ah, okay, das ersetzt den Köder. Wusste ich nicht. Ich will nichts in meinem Kommunismus verraten. Ich will parat sagen, ähm Gut, das mit dem Prinzipien, das üben wir noch, ne? Ist jetzt gerade ein bisschen unbequem geworden. hoch. Hoch. Ach, Fasern brauchen wir auch. Gäste, Gäste, Gäste. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Du willst mir doch nicht gerade nicht ernsthaft sagen, dass der Magnet... Okay, die sind... ...günstig... Okay, die sind halbwegs günstig herzustellen, aber trotzdem... ...das ist aber... ...das ist aber schon lame... ...ich meine Eisen haben wir... ...so, um elf gehen wir nochmal schauen... Jetzt, wo du den Kommunismus verraten verkauft hast... ...kann ich dir bestimmt oder die Technokraten... ...kaum heißen, ne? Uh, es geht los... ...schluss... ...zf... 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 Ich lasse doch die Arbeiterklasse nicht im Stich. Ich habe im Moment zu meiner Zweifel, dass wir die Quest mit den Kribonen schaffen werden. Hey, eine Kibone. Wow! So, brauchen wir die Fische für irgendwas? Nein. Doch, hier, gebackener Fisch. Rasse und Gottes Lachs. Also die müssen wir auf jeden Fall schon mal behalten. Nein, nicht. Weißt du, beim rausgehen fragt er mich jedes Mal hier. So, nö. Wieso soll ich fragen? Hm. So, mehr Schätze. Das heißt, das ist eine zuverlässige Methode. Mal schauen. Ja, es ist nicht wie wild. Ja, es ist nicht wie wild. Mensch. Sogar wilder Köder da drin. Sogar wilder Köder. Sogarle. Tschüss. ń Ich überlege gerade, ob die Impfung vielleicht sogar besser wäre, Angeln auf Schätze zu skillen. Gerade halt für solche Anlässe. Wir rühren einen Moment. So, man sieht, was wir fliegen. Wow, eine Geode. So, wir müssen ja gerade kurz schauen. Treasure Hunter Tackle. Fishing. Fishing. Fishing-Skill. Ich glaube, wir sollten das gleich mal neu skillen, dass der Level-10-Skill auf, äh... Pirat umgeschaltet wird. Und wir können bei Ready, können wir, ähm... Dinger kaufen, dass... Hier, Schatzjäger. Das ist übrigens noch ein Pferd. Ja, aber ich bin hierhin mit Schnellreise gekommen. Fishing IQ Weg bam. WOLF Fishing IQ Gefe Weg Weg Vielen Dank. Komm schon, gib mir Schätze. Ah, das ist ein Spot. So, den Gottesdachs benötigen wir. Die Sardine blütigen wir erstaunlicherweise nicht, den Hering auch nicht. Mensch, perfekt und ein Schatz. Ich weiß noch nicht, ob das auch die Qualität der Items erhöht. Ich habe gerade in der Netschlaunch eine tolle Regel bekommen. Hier hat kein Gras vor dem Ende des Teams-Beams. What? Warum nicht? Ich weiß noch nicht. 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 Ich weiß noch nicht, ob es leid und irgendetwas. Aber es war nur am Anfang. Okay, ich skillet aber definitiv heute Abend den Fishing Skill um. Nein, keine Perfektion mehr, schade. Oh. Keine Perfektion beim Angeln. Du kriegst ja einen Bonus, wenn der Fisch nie aus der grünen Leiste rauskommt. Wieso kann ich den nicht... Hallo? Ähm... Jetzt bin ich gerade nicht in Ordnung, dass ich das nicht ablegen darf. Ähm, hier, Zwergenschriftrolle. Wie darf ich das nicht wegschmeißen? Ähm... Wie darf ich das nicht wegschmeißen? Ja, ich kann mich einfach nicht wegschmeißen. Ich bin ein bisschen wegschmeißen. Ich bin ein bisschen wegschmeißen. Ich bin ein bisschen wegschmeißen. Eine Magma-Riode. Ganz echt Treppen machen wir leider nicht. Oh, die Reisrate vom Fisch ist auch egal. Heilboot, brauchen wir den für? Nein, brauchen wir nicht. Oh, das ist ein Plottwist. Oh, das ist ein Plottwist. Oh, das ist ein Plottwist. Ich kann es wahrscheinlich auch nicht hier reinpacken, oder? Oh, das ist ein Plottwist. Das ist ein Plottwist. Oh, das ist ein Plottwist. Das ist ein Plottwist. Untertitelung des ZDF, 2020 Es ist geschehen, jetzt geh schlafen. Das klingt auch überhaupt nicht beunruhigend. Das klingt auch überhaupt nicht beunruhigend. Machen wir hier einen auf Simon Desu. Ich glaube, wir können Pech gehabt haben mit dem Timing von der Quest. Weil ich glaube, die musst du halt wirklich schauen, dass du die am Anfang von der ganzen Schose kriegst. Es wird spät. Oh nein! 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 Okay! Okay! So, wir stellen nochmal gerade ein paar Sprinkler auf. Außer letztlich finden daraus, wo ich sie hingepackt habe. Hier. Was für eine Regel? Die heilt sich nicht. Es gibt sehr umfangreiche Gesetze zum Thema Gewinnspiele. Ich sag nur 1000 Euro und ne Xbox. Echt? Sogar beim Holz fällen kriegt man die Dinger? Okay! Okay! Jetzt wird das Chat aber echt nicht mehr safe für work, wenn du jetzt hier schon die Peitsche rausholst. So, ich hätte vielleicht vorher noch die Dinger verticken sollen, aber okay. So, Wahrscheinlichkeitsschätze zu finden ist erhöht. Ich glaub, die Grundchance ist 15%, dann 20% mit dem Ding und je nachdem wie sich das jetzt stapelt, entweder haben wir dann 30% oder sogar 40%. Ein wenig extra Glück. Sashimi! 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 So, Knoblauch! Knoblauchöl. Knoblauch plus Öl. Schwache Monster werden dich meiden. Oh, wir versonsten nichts mehr. Okay. So, wir bestücken hier die Gelee-Geschichte mal nicht. So, ich bin hier die Gelee-Geschichte mal. So, wir fangen an in der Seite. So, ich bin hier in der Seite. So, wir kaufen später nochmal Geschwindwax. Ach, sie ernten die schon. So, das sind 38 Stück. So, das ist das. So, das ist das. Soll, wie sollte es auch anders sein? Kann der Seedmaker eigentlich auch die Scheiße hier? Nein, kann er nicht. So, das ist das. 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 Jetzt gehen aber die, äh, die Schweine gehen aber gerade gut ab. Ähm, was wollte ich hier, ein Trüffel weg? Ich habe gerade recherchiert und herausgefunden, dass ich mir eine Peitsche sogar leisten kann, so stücklücklich empfiehlt dir jemanden, uns zu reden. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? So, einmal zu Clint, dann Ginger Island kurz. Musik Ne, Jungsungleiter hat früher auch ein feuchtes Handtuch getan. Ja, am besten mit einem Stück Seife drin, ne? Musik Was haben wir hier? Musik Tausend Stein. Das schaffen wir so wahrscheinlich sogar wirklich. Wir haben vorhin so viele Steine bekommen. Ich meine Erfahrung erst haben, wie ich vernehme. Nein, tatsächlich nicht, aber ich weiß, dass es funktioniert. Ne, das ist mir zum Glück erspart geblieben. Stimmt, wir können sogar noch eine Peerquest annehmen. Nein, wir sind wirklich fast an dem Punkt, dass wir uns das leisten können. Zumindest den Wein mit Ancient Fruit zu machen. Ich finde, wir haben gerade ein Brotis nicht gewusst. Äh, nicht gewusst. Ähm, ziehen wir mal dir bitte ab. Übliche Post-Pengen-Punschwürzeig. Ach du Scheiße. Warte. Sammle tausend Stück Ressource Text. Also tausend Wörter oder tausend Zeichen? Zähle Leerzeichen? Ich bin so verwirrt. Junimo Card. Aber es sind nur zehn. Das hier konnte man ja leicht schießen. Okay, es sind für... Okay, die sind monatsunabhängig. Also ich glaube, es sind nie mehr als, äh... 14, äh... Als 14 Tage, glaube ich. So, die Rezepte benötigen wir noch, damit wir sie einmal craften können. So, die Rezepte benötigen wir noch. Warte Inventars voll. So, ich weiß gar nicht mehr, welche Gegenstände wir das letzte Mal verwenden. Warte, wohin muss ich die liefern? New Valley Island Ingredients? So, wir hätten davon noch ein paar machen können. Aber das ist jetzt sowieso... Wir müssen ja die Sternfruchtfrüchte dann ersetzen. Also das ist okay. Wir hätten vorhin mal checken können, wie es aussieht. Ähm, wie viele... Wann wir die ernten können, die Sternfrüchte. Hast du ja Konsequenzen drucken, wenn ich das Buch einfach nicht lese? Ähm, dann verachten wir dich alle. Nee, das ist nicht die Lieferkiste, ne? Hier drüben? Müssen wir sie... Müssen wir sie liefern oder müssen wir sie in den Shipping-Container packen? Ich bin verwirrt. Okay, Shipping-Bin, alles klar. Wenn sonst nichts ist, das bin ich ja gewohnt. Jetzt geht's aber los. Ich bin verwirrt. So, ich bin mal gespannt. Wehe, das funktioniert nicht. Es ist nur noch ein Buch auf Lager. Wie hoch war denn die Auflage? Wie hoch hat sich die Auflage von der Zカt? Wie hoch! Wie hoch! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Jetzt auf einmal fallen dir die Einzelheiten ein, ne? Untertitelung des ZDF, 2017 Okay, wir haben genug uralte Samen, würde ich mal behaupten. Ich würde behaupten, alles, was wir jetzt an den Samen bekommen, können wir auch, also an Ancient Fruit bekommen, können wir jetzt auch investieren. Der Schneeball, okay, das klingt gut, das klingt, als wäre die Quest erfüllt. Der Schneeball ist, äh, ist ready. So, Blumentanz. So, Keys dis, äh, äh, Keys prismatic display Geschichte da. 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 Spaghetti, aber ich hab noch was anderes Rotes genommen. Kopfererz, Zep, Fasern, Joe, genau, damit Joe Jack Cola mussten wir, ähm, mussten wir ja holen. Spaghetti. So, was ist er? So, wenn ich jetzt was, was ich jetzt an der Stelle? Spaghetti wie es ist. So, was es ist, kверж' ich weiß, was es aber nicht so. So, was ich jetzt an der Stelle? En, wenn ich jetzt nicht so, was ich ein bisschen. So, was ich jetzt an der Stelle? So, ich habe noch nicht mehr viel. Sorry, ich habe etwas Customer-Sache. Spaghetti, was ich nicht so. So, ich mache, dass ich bitte nicht so. Grün. Was war für Grün? Faser. Okay, Faser ist ja kein Thema. Bohneneintopf kochen. Braucht ich viel mehr, nicht die Bohnen? Ganz schön gesund. Bohneneintopf. Stald. Stald. Stig. 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 Stig? Ich meine, es gibt die ganze Gruppe Caffeine MC, die ja Sodium und so machen. Ich meine, es gibt die ganze Gruppe Caffeine. Ich meine, es gibt die ganze Gruppe Caffeine MC. Ich meine, es gibt die ganze Gruppe Caffeine MC. Wenn du glücklich damit bist. Wenn ich nicht glücklich bin. Das weiß ich ja nicht. Ich meine, es gibt die ganze Gruppe Caffeine MC. Ich meine, es gibt die ganze Gruppe Caffeine MC. So. Und dann hier. So, morgen ist der Blumentanz. Da müssen wir echt aufpassen. So, wo ist das Mermaids Pendant genannt? Hier. Wie sieht es heute glückstechnisch aus? Leicht verstört. Dann gehen wir angeln. Ich meine, es gibt die ganze Gruppe Caffeine MC. Gibt es einen Spot? Ja. Ah. Gibt es. Gibt es. Gibt es. Gibt es. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich muss, Panda, ich muss jetzt gerade ernsthaft an dieses Meme denken. Weiß ich, ist es die Frau, die dem Typen irgendwie auf dem Fester ins Ohr schreit oder ist es umgekehrt? Das war's für heute. Das war's für heute. Rallgioden. Rallgioden. Wow, eine Keybohne. Rallgioden. 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 Das war's für heute. So. So, Funde. So, ist irgendwas davon? Nee, ne? Aktuelle Aufgaben, aber das war's. So, was's? So, dass's die Krise? Too, too. Dein Angelgerät ist kaputt. Oh nein. 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 So, Kaffeesucht. So, Kaffeesucht. So, Kaffeesucht. Alles klar, gute Nacht, Charmy. So, Kaffeesucht. So, Kaffeesucht. So, Kaffeesucht. So, was war in der Sammlung zum Versenden? Banane, großes Ei, Straußenei, helles Bier. Gemüse. Dann können wir auch eingelegten Ingwer nehmen. Ähm, ich hatte doch irgendwas hier. Hä, was ist mit dem Ingwer passiert, den ich mit mir rumgeschleppt habe? Ein bisschen abgelegt. Irgendwann ist nämlich halt eingelegten Knoblauch, aber... Ich schlage mal ein lustiges Thema vor, was ich dann schreiben kann. Warum? Okay, so viel sind das gar nicht gerade hier. Okay, das hat sich jetzt gerade gesoftlockt. Okay, es sind doch 20. Das ist doch so eine andere Antwort. Ich habe geantwortet, warum. Okay. Okay. Wenn ich mich selber was ausdecken muss. See ya. So, der Blumentanz hat im Wald begonnen. Okay, ein bisschen Dünger gewastet, aber sonst ist alles gut. Was hältst du von den sogenannten IQ-Bohnen? Ähm. Ähm. Achso, ich wollte schon sagen. Das ist ein bisschen irritierend, dass er mich da spawnt. Das Rezept benötige ich. So, wo ist unser... 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 hier. Unser Husbando. Wo Pferd? Was soll ich denn hier mit dem Pferd? Wie setzt du deine kreativen Fähigkeiten ein? Ähm. Schwierig zu beurteilen. Eine Person hier passt nicht in die Reihe. Und performt auch ganz andere Tanzmoves als der Rest. Fynn, du hast dein Kleid zuhause vergessen. So hatten wir nicht gewettet. Warte. Wir sind noch nicht fertig. Wir können ja jetzt hier jederzeit rein. Ernsthaft? Ich hab... Ich hab... Ich hab den... Ich hab den Schlüssel zur Stadt. Ich dachte, ich kann damit jetzt überall rein. Als ob dazu private Wohnhäuser nicht zählen. Nächster Stream bitte mit Kleid und Facecam. Nein. Wir müssen später Sam finden, damit wir in diesem Stream noch heiraten. So, Deluxe Vogelscheuche. Wie kommst du drauf, dass man mit einem Schlösser öffnen kann? Ja, weiß ich auch nicht, was ich mir da gedacht hab. So, Iridium-Erd. Aber dafür sind die Dinge halt super Bastet. So, heute ist der letzte Tag, wo wir Kreebohnen pflanzen können, dass es mehr werden. Deswegen glaube ich nicht, dass wir das Ziel erreichen werden. 500 müssen wir am Ende haben, das wird vorne und hinten nichts. Intensiv mit Kleid und Facecam. Kannst du näher gucken und du ihn zurück? Till den die sind. Ich möchte auch das Giglio zusammen. Und jetzt wirklich nicht auf den Platz hinlegen. Ich hab meine Leute jetzt so rauf. Hm? Ah! Das war's für heute. Nur dass Nuzlosium keinen Wert hat, deswegen ist es Nuzlosium. Der Wechselkurs von Nuzlosium zu Euro ist 1 zu 1, aber ich habe unbegrenztes Nuzlosium. Das heißt ja, dass ich unbegrenzt Geld besitze. Ich glaube, so wie ihr besessen von meinem Pferd seid, brauche ich ein Pferde-Emote. Danke, Clint, für nichts. Wenn man das kennt. Ist beschäftigt. Warte. So, dann ist das auch erledigt. So. Eveline ist auf 10. Wer fehlt denn überhaupt noch alles? Willi, George, Pierre, Abigail, Alex und Leo. Ne, Leo haben wir heute sehr vernachlässigt. Not gonna lie. So. 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 Kann der Juni... Was ist mit den Junimos? Kannst du bitte nicht dastehen, danke. Kannst du bitte nicht dastehen, danke. So, das wird nie im Leben reichen. Leute, ich habe den Deal verändert. Betet, dass ich ihn nicht noch mehr verändere. Soll ich nicht weiterhauen. Soll ich Anschlag haben, dannاث exposing. Soll ich es verlieren,h Madame snühen? Ahí ist er. So, haben wir noch irgendwo Lieder haben wir mit Buckmeat, aber könnten wir auch hiervon nehmen. Ich bräuchte mal wieder Fasern. So, Orange war Kupfer. Kupfer haben wir. Deswegen brauchen wir jetzt noch Spaghetti. Wir können auch Erdbeeren nehmen. Und Cranberries. Du verdrehst den Deal also zu deinem Grund. Du hast es erfasst. Es geht um die Aufmerksamkeit. So, die Frage ist, was ist hier? Zählen die als blau? Zählen die als hellblau. Ich glaube, wahrscheinlich kann ich sie nicht reinpacken. So, das kann jetzt einen Moment dauern. Was wir auch noch nicht gemacht haben, wir haben das Filmtheater auch noch für nichts benutzt. So, das kann jetzt einen Moment dauern. So, das kann jetzt einen Moment dauern. So, das kann jetzt einen Moment dauern. So, endlich. Sonst bin ich auch so mit der Wahrheit. Natürlich. Wäre doch gelacht, wenn nicht. So, ich lasse jetzt übrigens mein Pferd hier einfach stehen. So, ich lasse jetzt auch mal. was haben wir denn jetzt so banana einmal zweimal sehr gut ist das haben wir auch erledigt ist natürlich absolut unmöglich dass man hier irgendwie in den artefakt spot selbst mit der verzauberung irgendwas sinnvolles ist das spiel realistisch ist auch wirklich viel inhalt was hat er dafür so dass ich das pferd ertränken kann es gibt keine tier quälerei in diesem spiel falls du das meinst ist jetzt auch noch ein minion wegen die bananas 54 prozent gut ich meine die allein die goldene uhr wird schon einiges sein weil die zehn millionen kostet so wir müssen einmal hoch hier geht es ja auch noch um die joden ist das ein scheiß ernst wenn du das ganze spiel mehr inhalt ist wenn du es nicht kannst nicht jeder inhalt ist es wert okay so wieso habe ich noch mal die spaghetti gekauft hier sind sogar nur drei papyrus versteckt in seiten des tagebuchs aber was haben wir denn davon noch nicht gelöst also als tagebuchseite fehlt uns doch das haben wir gelöst oft wen leo Kannst du die Banane als Boomerang benutzen? Nein. So, hat der Island Trader irgendwas? Teleport, Totem, Tau, Knollen. Jedes gute Spiel, wo es Bananen gibt, muss die Möglichkeit geben, diese als Boomerang zu nutzen. Okay, also wenn Siedler je Bananen hat, dann brauchen wir auch einen Bananenwerfer als Spezialeinheit, richtig? Verstehe ich deine Logik korrekt? Gut. So, pass auf, wie viel haben wir? Ja, das passt. Hast du vor, das Spiel doch zu mir als hinzuspielen? Nein! Ach du Scheiße! Stardew Valley, das Browser-Game. Okay. 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 So, wie nutzen wir jetzt die letzten paar Tage noch? Wir brauchen noch einen Drachenzahn, dafür könnten wir einmal auf die Insel gehen. Okay. Wir haben ja schon verschifft. Ja. Wow, das war gerade aber sehr synchron. Okay. 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 So, okay. 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 So, okay. Super, jetzt kriege ich hier die Keybone nachgeschmissen oder wie? Was hältst du denn, von deinem Gesicht als Emote einzufügen? Was soll denn damit? Außer, dass das dann wieder wie so ein Kappa-Emote wird, was keine richtige Bedeutung hat. Untertitelung des ZDF, 2020 Will ich das? Ich sehe da noch nicht so wirklich den Vorteil. Ich habe dich Ich habe keinen Wörter, Schaufen und Schaufen. Bis zum nächsten Mal. So, von jetzt an, alle Ancient Fruits ab in die Fässer und in die Einmachgläser. Ich will das und du willst es auch, du weißt es nur noch nicht. Mhm, natürlich. Was mache ich eigentlich? Vielleicht sollte ich erstmal kurz nach Artefaktspots checken auf der Farbe, bevor ich in den Vulkan gehe. Und weil sollte ich dann auch mal die Schnellreise in beide Richtungen nutzen. So, ich bin jetzt klar. Das ist das längst fertige Upgrade zum Kappa Emote. Naja, lieber Kappa als Apochchamp. So, ich glaube das war alles was ich an den Ninja Island Upgrades auf die Weise erwerben kann. Dachenzahn, so mehr benötigen wir theoretisch nicht. Versuch wenn du ich wärst und dir keine dummen Ideen mehr für Chatnachrichten einfallen. Hm, nichts was dir gefallen würde glaube ich. Okay, so weiter geht's. Oh, danke. Sonst wäre es schwierig. Sieht sich nach dem Kappen. Ich stehe nach dem Kappen. Ich schaue die Kappen dann. Ich stehe den Kappen. Ich stehe den Kappen. Moment, pass auf. Ich habe im Moment so viele Krabbenkuchen. Der Chat ist jetzt eine Uhr, mhm. So, wo ist jetzt der Schalter? Hier. So, hier ist die Aufmerksamkeit. Boah, voll die gute Uhr. Boah, voll die Uhr. Natürlich sitzen sogar drei von denen hier. Boah, voll die Uhr. 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 So, und wo haben wir jetzt hier den Schalter? Boah, voll die Uhr. Boah, voll die Uhr. Boah, voll die Uhr. Boah, voll die Uhr. Dann können wir unser Schwert auf das Infinity-Schwert upgraden. So, wo ist der Käse? So, was ist der Käse? So, wir können jetzt sowieso die Sternfrüchte da reinballern. Das ist kein Problem. So, so, wir sehen, wir können hier. So, 10 davon. Den Drachenzähner und dann kommen die Bananen dahin. 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 Wenn ich mit George höher im Kurs stehe. Den Drachenzähner und dann kommen die Bananen dahin. Den Drachenzähner und dann kommen die Bananen dahin. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, radioaktives Erz Wir hatten mal Steinmangel, wenn wir uns richtig erinnern Aber jetzt mit der Tiefenmine gehört das definitiv der Vergangenheit an Kennst du den, ist von dem Chat gesungen? Ähm, Haferbrei war doch aus Dibi Bloxberg oder nicht? Aber habe ich selber nicht geguckt, könnte ich jetzt also nicht mit Sicherheit sagen Hmm Okay, Carly Ja, habe ich leider auch nicht so vertraut Tiefen Ich bin einfach hier Ache lorsqu' ich habe Suddenly Ich bin sicher Ich bin sicher Ich bin sicher Und ich bin sicher Ich bin sicher Untertitelung der Audioqualität nicht möglich Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, Moment, das Gebiet ist verseucht. So, dann machen wir auf der linken Seite das auch noch. Nee, lohnt sich nicht. So, dann machen wir auf der linken Seite das auch noch. So, dann machen wir auf der linken Seite das auch noch. So, dann machen wir auf der linken Seite das auch noch. So, pass auf, wie viel sind wir noch? Immer noch 786. So, dann machen wir auf der linken Seite das auch noch. Ah. Das war's für heute. Das war's für heute. So, hier. 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 Ja. Bro, ich hab schon das Community-Center wiederhergestellt für dich, nachdem du keinen Schlag dafür getan hast. Jetzt, ich muss erst heiraten, damit ich ein Teil der Gesellschaft bin. Ich finde es lustig, dass der Zwerg auch einfach mit dabei ist. Wieso steht Vincent nur da? Ich erwarte, dass Vincent der Blumenjung ist. Warte. So, du mochtest Kaktusfrucht, richtig? So, hier. Boom. So, ab zur Ingwerinsel. Eine Kaffeemaschine. Ruhiert jeden Morgen automatisch eine frische Tasse Kaffee. Ähm, ja, aber wenn es kein Triple-Shot-Expresso ist, dann ist das nicht so geil. So, erinnert mich daran, dass wir gleich die Junimo-Hütten checken, aber ich glaube, das wird niemals in dem Leben das 500. Also, ich glaube schon, das wäre schon krass, wenn es 300 Früchte sind. Wer will jetzt, bin ich zu sagen, dass es irgendwie ohne Bewusstsein ist. Hey, meine realen Hochzeitspläne werden auch konkreter, ja? Das ist eine Augenbewegung, einfach. Deine Frau hat das eingerichtet, oder? Ah, war die falsche Antwort, oder? Moment. Ne. Ah, ah. Also, so haben wir nicht gewettet. Dann überleben wir jetzt eben die Hochzeit ein zweites Mal. Oder auch nicht. Ähm, hat er jetzt nicht gespeichert, dass wir verheiratet sind? Doch, hat er. Wo ist Sam? Er steht diesmal nicht hier. Was ist gerade passiert? Ich habe geladen. Ich habe, äh, habe Undertale, äh, mal kurz ein bisschen kanalisiert. Wo zum Fick ist Sam? Sam ist angeblich drin. Er ist in seinem Bereich da oben. Nee. Warum hast du das getan? Weil meine Antwort falsch war. Ich will nicht, dass George, äh, irgendwie ein falsches Bild hat. Also. So. Ich will nicht. Warte, 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 Abigail. So, Abigail, ich klopfe zwar, aber ich zeige meine Dominanz als örtlicher Farmer, mit dem ich trotzdem reinkomme. So, was machte Alex nochmal? Alex macht irgendwie hier volles Frühstück. Er mag halt gefühlt nur die Sachen, die sowieso... Okay, Sommer, 13. Geburtstag, die sowieso jeder mag. Spinni steht also auf blonde Tüte mit blauen Jacken. Ähm, nein. Wenn? Warst du auf die Idee? Wegen Sam, ja, wer... Wie kommst du auf die Idee? Du musst darauf, dass nur seine äußeren Werte für mich zählen. So, einmal zu Ginger Island. Wie kommst du auf die Idee? Dann bewegt sich jetzt endlich Willi. So, danach muss ich eh nie wieder das Schiff benutzen. So, ich hab das Gefühl, die Kriegquests dafür müssen wir... Das ist ein Grund, Gioden zu sammeln. In aller Arten, weil da ja auch... Also, die kann man ja vorher schon lagern. Und da können ja die Samen drin sein. Ich hab das Gefühl, wenn man da nicht vor... Also, bei manchen Quests hab ich das Gefühl, wenn du nicht vorbereitet schon irgendwie bist, dann schaffst du das in der Zeit schlicht nicht. So, wir brauchen die Bananen. Ich hab jetzt ein Referat über Bananen. So, apropos, wo fährt? Ne, das Pferd ist jetzt am Strand und weiß nicht, dass ich jetzt wieder hier bin. Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Ich glaub ich muss demnächst über die Farm komplett säubern hier. Aber macht eigentlich erst Sinn, wenn ich die goldene Uhr hab. Huch, was sind... Ach okay, die ist gar nicht gewachsen. Hm? Hm? Ach. 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 Wir haben jetzt gerade mal die Hälfte Ich weiß nicht, hier oben sind noch welche drin, aber Ja, es ist Es ist ein kompletter Kompletter Waste Also ich glaube, da hätten wir lieber Versucht 50.000 Punkte in Junimo Card Zu erreichen, da hätten wir auch unbegrenzt Zeit für gehabt Im Prinzip So, theoretisch Insel Obelisk So, jetzt können wir auf die Insel So oft Und so viel wir wollen So, pass auf Banane Müssen wir ihr einmal liefern Haben wir schon Eine Mango hier Umbeplastete Umbeplastete Leute Nichts, was wir mit Neues herstellen können Doch, Pizza Wir haben es geschafft, dass wir Pizza noch gar nicht hergestellt hatten So, pass auf Wir müssen morgen Also Beziehungsweise beim nächsten Stardew Valley Stream Wenn wir dann hier sind Müssen wir hier Die Sternfrüchte vorbereiten Hallo Hallo Dreh dich doch um Hallo Dreh dich doch um Dreh dich doch um Dreh dich doch um Dreh mich Dreh mich So, pass auf, wir haben hier die Ehe. Pass auf, wir gehen mal kurz hoch zu Robin. Kaufen nochmal so ein, zwei Kühlschränke. Kaufen nochmal so ein, zwei Kühlschränke. Rezepte? Nein! Soll ich sie mit dem Bett? Jetzt ist der Chat eine Uhr, das haben wir doch vorhin schon probiert. Soll ich die Uhr? So, wie sieht's aus? Wir haben das Iridium in 13 Tagen, also im nächsten Stream müssen wir daran denken, dass wir hier am Ende mal hingehen. So, was wollte ich noch gerade gemacht haben? So, dann sind wir jetzt mal kurz... Wieso kann ich das nicht wegschmeißen? The fuck? So, pass auf, wir brauchen keine Bombe, also die mittleren. Die kleinen kann man vielleicht noch benutzen für die Skeletthöhle. Jetzt ist aber... Wo kommt jetzt auf einmal der Ingwer her? Die haben wir vorhin auch mit dem vergeblich gesucht. So, pass auf. Kaktusfrucht brauchen wir für Sam, aber Amethysten benötigen wir nicht mehr, oder? Abigail, Clint, Emily, Zeck sind allesamt auf 10. So, wir brauchen auch keine Warptotems mehr, um zur Insel zu kommen. Jetzt überhaupt tot im Hof ist eigentlich auch fast schon überflüssig, aber ob wir da jetzt den Slot belegen, oder ob wir sagen, wir benutzen später das Rückkehrzeptor, ist auch egal. So, den goldenen Kürbis benötigen wir nicht. Was haben wir nur noch gar nicht gut? So, dann machen wir kurz hier. Ich hinterfrage gerade, was ich mit meinem Leben anstelle. Ach, das Gefühl kennen wir doch alle. Pass auf, wir stellen mal kurz ein paar Sachen her. Gartentopf mit verfeinerter Quarz. Gäsepresse, Mayonnaise, ja. Webstuhl, wollen wir einmal kurz Kiefernteer. Recyclingmaschine haben wir nicht hergestellt. Da brauchen wir einen Eisenbahnführer. Kohlebrennofen. Schleimbrotkasten. Schleim, Eierfresse vom Feuerquarz und eine Batterie haben wir auch alles hier. Estonario Mini Jukebox. Batterie und Eisenbahn. Haben wir, haben wir, haben wir. Die Texte, Hydrogel, Hydrogel-Qualität. Das zählt glaube ich nicht als gecraftet, oder? Weil ich es über den... Doch, ich habe es auch schon einmal gecraftet. Fürschtbombe habe ich schon hergestellt. Drei Kupferwaren und zwei Eisen dran wollen wir. Also, muss das ins Unity Chill-Lounge kommen? Ja, muss ich gucken. Ich muss sowieso noch ein bisschen on werden, damit OBS das konvertieren kann und ich das dann in Premiere reinhauen kann. Nein! Gottverdammt! Da wird der Stream noch... Der endet jetzt. Trommelblock haben wir noch nicht hergestellt. So, wo hat man früher ein Eisen gebraucht? So, wo hat man früher ein Eisen gebraucht? So, wo hat man früher ein Eisen gebraucht? Minijook? Genau, für die Minijookbox. Hier, die haben wir sogar schon. Haben wir... Haben wir... Haben wir... Wieso geht das nicht? Wieso kann ich es nicht herstellen? Ach, beliebige wilde Samen brauchen wir auch noch dafür. Stimmt, das war das, was uns abgehalten hat. So, muss nicht bewässert werden. Pass auf. So, Teebäume sind, so wie ich das gehört habe, tatsächlich auch durchaus recht OP. So, Teebäume sind, so wie ich das gehört habe. Nein. Stimmt, Tee benötigen wir ja auch noch. Das habe ich jetzt irgendwie komplett verschlafen. So, dann haben wir hier die Totems. Bergtotem brauchen wir einmal. Strand haben wir hier. Koralle, Fasern, Hartholz. Boom. Wüste haben wir. Insel haben wir. Regentote haben wir hergestellt. Kochset. Müsli-Riegel haben wir schon. Holzboden. Strohboden. Verwitterter Boden. Verwitterter Boden. Bevor das für... ... ... ... ... ... ... So, pass auf. So, dann haben wir hier wilde Köder, Köder, Dreher, Schleim. So, das haben wir. Den haben wir nicht hergestellt, der ist auch eigentlich besser zu kaufen. Einen von den ersten drei Barren. Nur noch Ölebensirgs hier, Krapenräuse, Iridiumband, Ring von Joba, Busterring, Kriegerring, Käfersteak haben wir in... Das können wir aber auch wieder Zeit machen. Hm. Ohne Tränen. Ohne Tränen. Ohne Tränen. Ohne Tränen. Zwei Kupferbarren. Zehn Eisenbahnen, 25 Kohle. Dann haben wir hier Pfeffleisch, Kupferbarren, Schleim. Gefrorene Tränen, zwei Kupferbarren. Das Spiel will, dass du alles behältst. Unheimliche Statue, Holzfeuerschale. Und die Holzfeuerschale weiß ich auch, wo wir die hin tun. Lagerfeuer. Laternenpfahl. Oh, niet, 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 niet. So, dunkles Schild, Mini Obelisk. OK. Ohne Tränen. Ohne Tränen. Ohne Tränen. Ohne Tränen. That start. So, hier. Okay, das können wir jetzt jederzeit machen. Sonnenregen brauchen wir noch, Eisenbarren und Eingoldbarren, Solarpanel, Geodenbrecher. Verfeinerter Quarz brauchen wir mehr. Ja. Eww. 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 So, da packen wir die schon mal hier rein. Dann können nämlich die durchlaufen. Aber viel mehr fehlt. Dann haben wir nämlich schon fast alles gecraftet, was gecraftet werden will. Warum doch die Uhrzeit im Game of 10 erschritten. Darum. Eww. So. So. Haben wir fast alles gecraftet, was es zu craften gibt. So. Ich würde aber auch behaupten, der Stream war jetzt lang genug. Das waren jetzt fast 5 Stunden. Ich danke fürs dabei sein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei der großen Sternenfrucht Zucht. Und wir werden sowieso wahrscheinlich schon auf Ancient Fruits umsteigen. Aber egal. Wir werden in Geld schwimmen. Bis zum nächsten Mal. So.